Von Brooklyn nach Basel ist ein Projekt von Armando Braswell und seiner Tanzschule. Während der vergangenen zwei Wochen hat er eine Tanzklasse aus Brooklyn zu einem Schulaustausch nach Basel geholt und mit ihnen eine Choreografie in seinem Studio einstudiert. Zum Abschluss hat es am letzten Mittwoch eine fantastische Vorführung gegeben. Die Lehrerin dieser Klasse hat schon Armando als Jugendliche Unterricht. Meine erste Dance-Teacher, Marcella Jones, hat mich zu tanzen. Sie hat seit 30 Jahren gelehrt. Sie ist nahe zu ihrem Retirement. Sie wollte ihre heutigen Kinder bringen, um ihre alten Kinder zu sehen. Es gibt mir nur ein ganzes Zirkel, damit die Kinder sehen können, was möglich ist. Seit 30 Jahren ist der Tanz ihre Leidenschaft und die jungen Menschen ihre grosse Motivation. Ich teach Dance-Teacher, weil ich liebe es. Ich wollte nicht eigentliche Dance-Teacher, ich wollte nur zu Dance-Teacher. Aber mein Junge sagte, »Our school ist für eine Dance-Teacher. Come auf einmal. Interview.« Und, reluctantly, ich ging. Der Ausdusch in die Schweiz und zu Armando ist ihr ein grosses Anliegen. » 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